also jeder sage ich mal die gute am werk fliegt desto mehr bauern kommen da raus wenn du siehst du auch wenn du die platzieren willst stehen da acht bauern so gehst du weiter weg von der burg sechs dann vier dann zwei und zwei bleibt ist dann niedrig kannst du ja austesten dann sehen wir auch mal hier eine aufnehme kann ich machen das vorhang fassadentor das geht auch zu ne hoffe ich ja klar ja ich habe gerade erst gesehen hat eine ringmauer ist daneben hat die richtige stein aber wie kann man jetzt gebäude drin ich kann wenn ich die treppe nehmen kann ich die mit maustrad nicht bewegen also ich kann ja so ok ok jetzt habe ich so rausgefunden man sollte doch einfach mein mausrad nicht zum drucken benutzen nicht genug stein sei alles klar so wollen wir die ochsen aber die städte klar die arbeit jetzt verfügen bauern werden benötigt bauern werden benötigt seid gegrüßt ja ich werde äh jetzt ist natürlich auch ein reines warte warte manöver sag ich mal du hast doch auch nur die rekruten stehen ne oder ne du hast schon wogenschützen wogenschützen ganz selber ja wahrscheinlich nicht mit meinem rekrutenhaus ne bräuchte wahrscheinlich hier den söldnerposten ja söldnerposten sind aber dann die araber ne sind die araber ja die kosten natürlich dann richtig geld sag ich mal also also natürlich auch nicht mehr so viel gold 1044 ne sag ich dir erstmal ganz ehrlich hm ja gut hierfür bräuchte jetzt schmieden hier kann ich einfach machen was ist das denn Sklaventreiber ok der Sklaventreiber musst du aber für die Sklaven dann haben ich weiß gar nicht wer das ist wenn du jetzt nicht die Sklaven hast ob die dann einfach abhauen das kann natürlich auch sein du keine Sklaventreiber Sklaventreiber aber die Sklaven und die dann abhauen hm hm die sind aber oh die haben gerade mal ne Holz Keuler ok das wird böse so hm ok da fliegt man eindeutig schein das können wir nicht machen das können wir nicht machen ähm ja was machen wir an den Tag noch das kann da nicht platziert werden mal laut ok ich sag ich muss ja auch zwischen 0 hm 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 ja was ich auch gut finde was die auch geändert haben ist wenn die die Leute zwischen die Mauern rennen das heißt du ziehst grad eine Mauer und dann kennst du das ja von so ja klar dann nervt das weil das ja ne ja klar die verpissen sich einfach nicht dann konntest du das nicht bauen und dann hast du dich nur aufgeregt dann ziehst man mich ok das ist gut ne renn einfach dann weiter du renn durch die Mauer hm zack Beliebtheit wir wollen Bier und wir wollen Religion das könnt ihr nicht machen mein Lord keine Gottesdienste selbst hab ich auch noch was gefunden wenn du ne Kirche baust musst du auch ne Kerzenwachserei Kerzengießerei äh bauen aber die benötigt eigentlich nix ok also die macht einfach Kerzen ohne irgendwelche Stoffe zu benötigen also hat sie zumindest bei mir gemacht hm Alter geht die Beliebtheit runter wenn du 1% mehr steuern nimmst ey direkt auf minus 10 von plus 5 ja welcher plus 4 das ist hart ok jetzt grad hab ich scheiß Beliebtheit die Menschen sind sich nicht sicher was euch angeht alle eure Gebäude einschalten die sind alle es wär schön wenn wir hier ein Geschenke hätten gib mir halt ich brauche bei uns keine Schenke brauche also was bei dir so abläuft ok da krieg ich nix hin das könnt ihr nicht machen mein Lord ähm ja ja ach ja noch was ich wüsste ich jetzt mal ein bisschen mit etwas zu hören ja ein Koin Ding ich nehme die gerne auf dem bleichen Stand bleibt sein ja ähm die gehen nicht mehr durchs Torhaus hoch die können also nicht mehr auf die Bauern beziehungsweise Türme durchs Torhaus das machen die nicht mehr du musst du bist gezwungen die Treppe zu bauen alles klar alles klar so ok nein da brauche ich nicht ähm mach ich lieber das Stein benötigt mein Lord und dann machen wir die hier die sollen sich bitte hier vorsammeln komm einen will ich noch Dankeschön ähm geht das mal dahin weil ich denke mal dass ich das hier brauche damit ihr da hoch könnt dieses Bauwerk ist unzugänglich hier warum kann ich da nicht hoch muss ich etwa eine Treppe da ran bauen testen wir mal jetzt kann ich ok man muss direkt eine Treppe auch an Türmen bauen das ist auch eine Neuerung holen wir eine Treppe an Türmen musst du nicht doch ich konnte nicht abreißen also ich konnte demnächst nicht da die im Tor gesteigen da war auch schon wenn ich das gerade sehe du kannst die Treppe natürlich nicht nur an diesen mickrigen Außenwald sag ich mal aber festigen hm hab ich jetzt ein bisschen mehr Stein verplempert deine Tüpi ich schätze ich einfach mal dazu kann nicht mal Dankeschön ich weiß dass ich der Größte bin so zack mal kurz testen dieses Bauwerk ist unzugänglich hier dann wollen wir mal anders gucken müssen wir mal direkt du hast eine Rundtour Araber? ja ist ok du hast Araber ich hab keine Rundtour das ist auch neu dass jetzt jeder andere Tür macht weil ich hab ich hab diese riesigen viereckigen Kolosse ja ja ich hab einen Wachtturm einen Stummelturm und einen Großturm und das alles halt rund äh noch gar keine Türbe aber ich hab ordentlich Mauer hm Bauern werden benötigt Sire Bauern werden benötigt Sire wobei 14 hätten eigentlich überreicht naja egal komm ja zack nochmal zu bisschen früh oder? seid gegrüßt kann ich auch nein wollen wir mal gucken das wird genau hinkriegen so sehr schön so sehr schön soll das ein Witz sein? das ist unmöglich es ist ein Gemetzel wollen wir mal gucken bei mir oder? ja klar wir werden angegriffen ach Gott ist das süß ja ok das verschließt sich also so ja das ist auch noch gut zu sehen ja das schöne ist du kannst jetzt nicht du kannst die grad nicht angreifen weil das kontinente